So, wir steigen direkt wieder ein und hoffe, jetzt geht nicht gleich eine Granate los. Uh, gut, weil das Klicken im letzten Video habt ihr noch gehört. Wir haben schon so wenig. Blechdose, Baseballschere. Boah, der hat gesessen. Guck mal, ein guter Schuss. Der auch. Das waren sehr gute Schüsse. Können wir den jetzt zur Hilfe nehmen? Code, Link. Link hat drei Treffer. Ui, 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 der wäre gleich fertig. Skrrr, äh, krr, kann nicht sein. Hold kann auch nicht sein. Line, line ist richtig. Wie schön. Los, wir gehen mal zur Hilfe hier. Einheit. Hopp. Nur kurz, Persönlichkeitsprofil. Ne, das ist nur Lust. Oh. Ich hoffe, du hilfst mir. Helfe mal ein bisschen. Gute Futter. Gute Futter. Schießt sie auf mich. Werkzeugkiste entsperren. Oh, läuft, 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 läuft. Skyperl und Superklinik. War so ne Sachen, woran wir wahrscheinlich zum Waffen bauen. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte grad voll den Spaß. Oh, hätte grad irgendwas ausgelöst hier. Granaten. Wo bist du? Kommen wir da oben ran. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werd dich finden. Ja, ich komm gleich zu dir. Ich trag zu viel. Oh, ich muss unbedingt mal abladen gehen hier. Das gibt's ja gar nicht hier. Hilfsmittel, ja. Den Hilfsmittel Zeugs will ich nicht wegschmeißen. Ja, das nutzen wir eh nicht mehr hier, ne? Äh, ne. 62. Der macht richtig Schaden, das Ding hier. Das ist Schrot. 62. Das macht nur unsere Schrot. 45. Die ist besser als unsere. Können wir die mal kurz auf die zwei legen? Ich will mir die mal angucken. Hallo? Oh, da. Ich glaub, die behalten wir. Und schmeißen die andere weg jetzt. Zack. Okay. Können wir uns wieder bewegen? Ja, wir können uns wieder bewegen. Weiter geht's. Wir müssen wahrscheinlich ganz oben rum. Hier ist noch einer. Juhu. Wir haben richtig viele Granaten gefunden. Die heben wir uns jetzt mal auf. Was wir gesehen haben, sind viele Fallen. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Bevor wir hier in die Luft fliegen. Zement sagt genau. Ich will erstmal alles komplett beladen mit einem Zement sagt. Wir speichern mal zwischen. Aber ich glaube, hier wird's gleich Ärger geben. Auf jeden Fall freuen sich die Jungs da unten schon auf mich. Jet, nimm mal mit. Jet. Jet. So. Bisschen Mucke. Wo seid ihr denn? Der hat gesessen. Ist gar nicht weg. Oh, die war nicht gut. Der hat aber gesessen eigentlich. Nee, kommt schon ganz schön. Da bist du ja. Boah. Okay. Das war nicht so nett von dir. Muss er hin. Wo ist er hin? Was? Was? Das ist ein dummer Spruch. Nur Cola? Nee. Wollen wir nehmen aber mit. Oh, 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 oh. Ich stehe, ich stehe in Flammen. Ich stehe in Flammen. Das war so nicht gewollt. Irgendwann, der Rubik will das ja. Ist gut. Oh nein. Oh, ist nicht wahr. Ah, sorry, 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 sorry. Wollte ich nicht. Ich war verwirrt. Ich war ein bisschen unter Druck durch die ganzen Granaten hier, die auf mich gebrochen hat. Das ist so doof. Er brennt selber. Oh, die ist gut. Ich sehe nicht. Da. Da. Da draußen ist. Es geht Ärger. Hä? Mit Kim und Korn. Hast du was Schönes für mich? Joa. Keine Ahnung. Was? Günstiger Wunderkleber. Ja, so eine Sache müssen wir erstmal mitnehmen. Ich hoffe, wir können auch was Cooles bauen. Rüstung. Nee, wollen wir noch nicht. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Was haben wir hier? Waffenwerkbahn. Äh, herstellen können wir gar nicht, weil wir im Kampf sind wahrscheinlich. Ich komme dir nicht wieder. Silbermedaillon. Hier gibt es richtig coole Sachen, ne? Was ist das für ein Terminal? Das können wir jetzt wahrscheinlich den Turm ausmachen, ja. Äh, ne. Uh. So. Da können wir das machen, nehmen wir noch mit. Und gehen dann mal weiter. Der Roboter müsste eigentlich auf meiner Seite sein. Mal Pinsel, Pinsel. Kann das sein? Jo. Wo war das Ding? Wo war das? Sonst verkommt das alles ja nur. Hm. Ich sehe Schwarzpäder. Hier kommt gerade so viel Munition. Da kommt wahrscheinlich gleich ein großer Gegner. Dass ich ihn schaffen werde. Wo geht's denn hier hin? Commonwealth Experte. Bin ich schon überladen? Ich glaube, das war die Treppe. Wir nehmen nochmal ein Dingsbums. Stimpax. Ich muss nicht mal irgendwann nach Diamond City oder so. Und es mal ein bisschen wieder eindecken. Jetzt rein in Saugus Hofofen. Mhm. Mal schauen, ob wir da den Dünerteller finden. Hilfe! Der ist Dünermiss. Ich glaube, ja. Da ist es doch. Du musst ziemlich stark sein, wenn du es hierher geschafft hast. Oh. Das war einfach. Die meisten von ihnen waren es gar nicht wert, geschmiedet zu werden. Siehst du, Jake? Hier ist jemand, der meine Zeit wirklich wert sein könnte. Schöne Rüstung. Nicht wie du. Sie werden mich töten. Ich habe dir alles gebracht, was du wolltest. Dinge von deiner Familie zu stehlen, beweist nicht deine Stärke, Junge. Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert, das du mir gebracht hast, noch eine letzte Chance erhalten. Töte den Gefangenen und zeig mir, dass du doch zu was nütze bist. Du hast gesagt, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Die Leute sind keine Gefahr für uns. Zeig mir, dass du töten kannst. Entweder du oder er. Oh Gott, was soll ich tun? Geh weg, Jake. Das musst du nicht tun. Bitte, lass mich gehen. Was wirst du tun, Jake? Töten sie mich. Was ist mit deiner Familie? Zeig mir, dass du es wert bist, bestiehend zu werden. Wird er Abraham wollen, dass du das tust? Ich dachte, er hasst mich. Hat er dich geschickt, um mich zu finden? Ja. Er ist stur. Aber er wollte, dass ich dich zurückbringe. Nein, ich sollte nie wieder nach Hause kommen. Du lügst. Hab ich es getan? Oh Gott. Ich glaub, mir wird schlecht. Gut. Jetzt töte unseren Besucher. Oh. Ach du Scheiße. Mein, 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 mein. Das geht gut los hier. Aber ich hab alles im Griff. Guck mal an, wo was ist das, glaub ich, hier. Immer rein da. Brennt, meine Freunde. Slack. Oh, der hält ja mal richtig viel aus, würde ich mal sagen. Ich schüsse hier durch alles durch, oder was? Unbedingt im Helden, äh? Was? Ich hab da irgendwas so cool. Oh ja, ist er gut. Oh. Oh. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Wir brauchen hier alles den Picks. Tja, wie schaffen wir den? Wo ist er überhaupt? Da. Ich steh mal wieder auf. Das wird ne harte Nuss. Ich weiß nicht, wie ich ihn machen soll. Ich weiß nicht, wie ich ihn packen soll. Ich brauch immer ne bessere Waffe. Oh Gott, der verliert ja gar nichts. Oh Gott. Eigentlich kann ich das vergessen. Eigentlich kann ich das vergessen. Das schaff ich so nicht. Hm. Erlöser bringt uns nichts. Der Fatman wäre natürlich ne Waffe, aber wir haben keine Mini-Bomber. Das schaff ich nie. Ich brauch ne andere Waffe. Ich brauch ne andere Waffe. Ich brauch da zu wenig Schaden, die Waffe dafür. Hm. Ich brauch sonst keine Idee hier. Das macht also wirklich keinen Schaden. Mann. Wenn wir eine Idee hier mit denen jetzt platt machen könnten. Ne, mit denen kommen wir da eh nicht ran bei ihm. Institut-Gewehr. Nehmen wir noch ein paar Schuss. Ja, paar. Oh, das sieht gut aus. Das sah doch mal richtig gut aus. Da hat er selber nicht so schön geschaltet. Wir konnten ihm ein bisschen was einschenken. Und er war dann hier. Komm schon. Hä? Hä? Schießt er durch das Ding durch, oder was? Den kriegen wir hin. Das dauert jetzt ein bisschen. Das wird jetzt drei Videos dauern. Diesen drunter zu schießen. Wuh, war das ein Bug. Piper könnte auch wieder mitspielen, ne? Hallo? Noch mal? Danke. Oh, der war verzogen. Mal nur mal ein Stimmy. Was sinnvoll ist hier neben dem? Oh, der wird seinem Nachladen, ne? Versorg das ganze Ding. Kopfschüttel. Boah. Da schießt er wieder durch, genau. Das Ding hat gesessen, oder? Oh, die sterben. Komm schon. Komm schon. Ja, haben ihn fast. Die kommt wieder runter. Yeah. Hat ein bisschen gedauert, aber am Ende gewinnt der. Das Ding meine ich. Ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Nein. Raider Power 2. Ich weiß auch, wie nehmen die mal mit. Den 2.000, stimmt, den brauchen wir nicht. Können wir was mal nehmen. Okay. Verdammt noch mal. Ja. So, ich will mal kurz gucken, weil ich glaube, die so eine Rüstung ist auch nicht so verkehrt für uns. Außerdem, wir haben jetzt Keller. 30, 30. Wenn wir jetzt... Damit kommen wir richtig... Was denn eine Power-Rüstung tragen? Äh... Kann ich das nur mit Power-Rüstung tragen? Das ist ja uncool. Dann weg. Das ist ja mega uncool. Okay. Und jetzt das Dünner-Messer. Legen wir mal auf die 6. Und hoffen, dass wir damit jetzt ein bisschen besser zurechtkommen. Boah. Das sieht schon cool aus. Äh... Warte mal kurz gucken. Ja, nichts besonderes Wetter. Wir wollen mit Kronen gucken. Ach, hier in der Kiste. Schalldämpfer-Modizier 10 mm. Gedämpft und gekochte Lederrüstung. Ach nee, wir bleiben bei Kellogg's Outfit jetzt. So. Dann war es das hier. Nur deswegen waren wir jetzt hier. Äh... Man hat ein hartnäckiges Börschchen. Okay. Gehen wir das Ding mal abgeben, die Aufgabe. Haben wir hier noch was, was wir mitnehmen können? Insekten... Was? Insekten-Ort. Inspektor-Outfit. Hat ja noch irgendjemand hier was? Ich glaube, wir hatten soweit alle gelootet. Und jetzt gehen wir mal zurück. Ähm... Wir geben jetzt erstmal die Aufgabe ab. Und dann... Gehen wir mal Richtung Waffenschmiede. Und schauen mal vielleicht noch ein oder andere... Ob ich jetzt komplett zurücklaufen hier? Äh... Ob wir noch das ein oder andere... Basteln können. Das ist ja das komische Vieh. Die ganze Zeit nicht mitgemacht. Und jetzt hier... Wo ist... Ja, genau. Also wir gehen das mal hier runter. Aber wahrscheinlich gibt es hier einen schnelleren Weg. Oder auch nicht. So, wie kommen wir jetzt hier zurück? Grenzenweg zurücklaufen. Was denn das hier ist ja aufgespießt? Das Radio, was ich angemacht habe. Ist hier noch irgendwas? Will man schon mal hier langlaufen? Die mussten ja scheinbar wirklich alles aufheben. So. Boah, das ist unsere neue Waffe. Boah. Farbdose. Wir nehmen mal eine mit. Sollen wir es was bringen oder nicht? Hier kommen wir hier raus. Türfernsteuerung. Tür öffnen. Vielleicht ist das der kurze Weg. Äh... Gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage. Ähm... Aber sieht so aus. So will ich ein bisschen schneller werden. Genau, das hier ist der Ausgang. Und damit sind wir wieder im Commonwealth. Commonwealth. Okay. Ich hätte jetzt gerne einen Raider, an dem ich dieses Schwert ausprobieren kann. Der nicht auf mich schießt. Die Schwertigkeit war ja mittel. Das heißt, wir durften vielleicht nicht immer direkt geblockt werden. Schauen wir uns das gleich mal an. Ob wir die Waffe noch aufrüsten können. Lamp-Schmerzer. Ladebildschirm. Okay. Wiederum was Interessantes. Brennende Zigarette. Wozu? Wozu soll ich denn eine Brennende Zigarette mitnehmen? Brennstoff. Wie sinnlos. Oh. Ein Teddybär. Das macht schon mehr Sinn. Oder auch nicht. Okay. Jetzt gehen wir erstmal schnell wieder zu dem Typen da. Wo ist der? Da lang. Äh... Gehen wir diese Questreihe ab. Und danach gehen wir ins Sanktum. Und schauen uns mal die Werkbank an. Der ist schon k.o. hier. Und den Pavetern. Weiter geht's. Sprint. Und gleich wieder K.o. So. Wir haben Sauguss Eisenfabrik abgeschlossen. Von solchen Quests rein gibt's übrigens massig. Im ganzen Commonwealth. Wen's interessiert. Und überall gibt's total tolle Sachen zu finden. Hast du das Schwert meines Opas schon gefunden? Ja. Aber ich krieg's das nicht wieder. Ja. Hier ist es. Wirklich? Ja, das... Gibt's ihm jetzt doch aber nicht, oder? Hast du... Was ist mit Jade passiert? Er hat sich entschieden. Es ist vorbei. Ich... Verstehe. Danke, dass du... Dass du es versucht hast. Hier. Darauf hatten wir uns geeinigt. Verhalt das Schwert. Ich muss loslassen. Und das wäre nur eine Erinnerung an ihn. Da gab's ordentlich Kronkorn. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Huch. Sagt da noch einer rum. Du trägst so viel her. Wir gehen gleich abladen. Sieht aus, als hätte der noch was für mich hier. Der liegt so entspannt mit seinen Yoga-Übungen. Nein, der hat nix mehr. Okay. Karte. Zu unserem einzig bis jetzt bebauten. Sanktujari. Auffinder. Du trägst so viel in ganz einem Sanktujari. Äh... Wie haben wir denn? Oh, wegen 2 Kilo, ne? Ich weiß, was das Ding weg ist. 3,5. Danke. Wegen 2 Kilo können wir nicht reisen. Nein, abbrechen. Da wollen wir hin. Genau. Oh, der sieht auch heftig aus. Irgendwann wäre es dann mal eigentlich sinnvoll, diesen Standort auszubauen. Oder wir bauen uns einen neuen irgendwo mittendrin. Einen richtig schönen großen Standort. Das wäre auch nochmal cool. Ja, würde einen schon reizen, ne? Materialien haben wir genug. Was ich natürlich nicht weiß, jetzt haben wir die ganzen Materialien an Sanktujari, wo wir gerade hingehen. Wenn ich jetzt irgendwo anders anfange, stehen mir dieselben Materialien da auch zur Verfügung? Oder muss ich alles rüber transferieren, also rüberschleppen? So, gute Frage. Das ist erstmal hier alles drin. Das ist jetzt mal ein bisschen Arbeit. Arbeit. Nun gut, müssen wir machen. Was ist eigentlich mit dem Zeug hier? Standardvisier und so ein Quatsch. Machen wir erstmal rüber, oder? Wir machen uns erstmal rüber. Standardvisier. Elektro, ich nehme mal. Oh ja, alles nehme mal mit. Schallplatten. Aluminiumtonnenweiser. Alles bitte rüber. Applikator rüber. Armee, Munitionstasche. Das weiß ich halt nicht, was das ist. Baseball, Kanister, beschleunen. Brühe, beschleunen. Muss man den nicht irgendwo abgehen? Ja, genau. Bierflasche. Ach stimmt, das Ding haben wir ja gerade geholt. Bierflasche. Bärtreik, ganz wichtig. Blechdosen, Bleistift. Jussel, Fleisch behalten wir. Leder kann rüber. Brennstoff brauchen wir ja eigentlich jetzt auch nicht. Hm. Machen wir auch erstmal rüber. Weil, ich habe kein Flammenwerfer mitgenommen. Das kommt erstmal rüber. Prototyp. Covingtons Prototyp. Ist ein Questgegstatt, okay. Den behalten wir. Clipboard rüber. Daytripper, das weiß ich halt nicht, was das ist. Okay, das ist zum Boosten. Das kann rüber. Das Ding müssen wir mal verkaufen, mal. Was haben wir denn? Warum? Zweier. Wir machen es erstmal rüber. Das heißt, du habe. Dreifachwerkzeug. Einkaufskorb. Erkennungsmarken. Erlöser. Ach, das Ding da. Das war auch gar nicht so schlecht, ne? Farbdose. Fertbein, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Grasmaske mit Brille. Ja. Den nehmen wir rüber. Wunderkleber. Kochplatten, Kochplatten, Kochtopf, Kombi, Schlüssel, Lötlampe, Malpinsel. Ich glaube, das kann ich alles rüber machen. Was? Fusionshaupt-ID. Ich glaube, die brauche ich auch. Man weiß es nicht. Äh, das kann rüber. Das kann rüber. Ähm. Wo haben wir hier? Bopp. Ganz wichtig. Netzrelais-Spulen kommen rüber. Netzwerkscanner kommt rüber. So. Das ist wieder wichtig. Na gut. Cola ist zum Auffüllen. Cola-Flasche ist leer. Die kommen rüber. Ein kleeres Material rüber. Ordner. Mh. Rüber. Was ist das? Okay. Pinzette. Plasma-Beitmark, Kürbis rüber. Teller rüber. Äh. Der Stachel rüber. Rad-X-Rod-Array. Rakit. Ist das jetzt Munition? Ich glaube nicht. Reagenzgläser. Was? Achso, das Ding da. Das brauchen wir nicht mehr. Wenn wir wegspeisen können. Runner-Ship-Daten. Rückruf-Codes. Zigaretten. Militär-Standard. Schieren. Schlosser. Ding. Auch schmutziges, was hätten wir nicht drin lassen können. Egal. War mal zu eifrig. Schrot-Patronne. Vier Stück nur noch. Schädel. Sensoren. Oh, dass wir alles dabei haben. Guck mal, wie viel Gewicht wir hatten. Supermesser. Skalpell. Spielkugel. Jo, jo, jo. Oh, Stim-Pixel. So sind irgendwelche gekauft. Ich glaube, wir gehen gleich nochmal nach. Diamond City. Toren uns ein bisschen was. Superkleber rüber. Tafelmesser. Alles breit. Und Teddy. Telefone. Oh, Mann ey. Was wir alles hier haben. Vakuumröhren. Sturmfeuerzeuge. Stimper. Schraubenschlüsse. Verstrahlt Blut. Behalten mal. Kriegsgeld. Ey, warte mal. Oh nein. Was gibt es? Stoff. Ne, wir gehen mal rüber. Wein. Whisky. Zigaretten. Zollstock. Mann. Äh. Behalten. Äh. Bin ich da? Ölkanister. Überfälliges Buch. Okay, das war's. Damit haben wir ein bisschen was zum Lagern. Und versuchen jetzt mal, ob wir was herstellen können. Erstens. Das ist die neue Sache. Das wäre cool. Zusätzlich. Das würde nochmal richtig Feuerschaden machen. Was kostet das denn? Was? Das sind das, was wir brauchen? Das ist das, was wir haben? Oder was? Ach du Scheiße. Dürfen sich die Wurzeln, um diesen Gen-Schatz herzustellen. Äh, nee. Wie hoch ist denn das jetzt zu zählen hier? 6 brauche ich oder 33 brauche ich? Weil ich habe ja alles. Ach, hier. Ich brauche den Schmiederang 3. Oh. Ich kann wieder mal nichts machen. Ja, machen wir halt sowas hier. Bringt das so ein bisschen Reichweite? Ja, auch nicht. Ähm, ähm. Ein bisschen Präzision. Das Ding kann man schon ein bisschen aufmotzen. Schnelllademagaziden heißt, wir sind nur im Wert. Aber äh, bringt das eigentlich fast gar nichts hier? Ach, was soll der Geiz? Standardvisier. Leuchtvisier. Kleber, Nuklears. Das haben wir eigentlich auch alles genug. Das ist das Ding echt fett, man. Schali, hier haben wir schon drauf. Batman. Oh, da wird nicht viel gehen, eben. Das heißt, wir müssen uns mal merken, dass wir den Schmied erhöhen. Das Ding, ganz wichtig. Großes Bayonett. Der muss nicht. Der muss wirklich nicht. Visierring. Äh, was gibt's denn noch? Oh, wie weit es hier runter geht? Reflexvisier. Reflexvisier, Punkt. Kurz recht, Ziehwehren, Fernrohbarung, Lichtleuchtvisier. Ich würde sowas sagen. Ich würde sagen, ein Punkt oder ein Kreis. Oh, ein Kreis. Sowas hier ist ganz gut. Jetzt brauchen wir wieder Schrauben. Trommelmagazin. Da haben wir nochmal ein Schnelllademagazin. Da haben wir keine Schrauben mehr. Muss nicht. Vollständiger Kolben. Und die ist schon so ganz schön fett. Noch irgendwas Wichtiges? Ja, quer. Das muss nicht. Standard Visier. Ein vernünftiges Visier. Obendrauf du was hier kurz. Ja, sowas wäre ganz cool. Präzision 92. Reichweite bleibt. Ich glaube, das Ding herrhe ich hier rauf. Ich hoffe, dass ich damit ganz gut klarkommen werde. Ding, ding. Ich habe keine Schrauben mehr. Jetzt kann ich wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Nee. Ich kann nicht mehr mehr als Bajonett, weil mir wahrscheinlich die Schrauben fehlen. Gut. Ich denke mal, das war's. Ich denke, das war's. Kommt das Ding noch ein bisschen verbessern hier? Wir sind pleite, würde ich das jetzt mal so vorschlagen. Verlassen. Und wir gehen jetzt mal nach Diamond City und holen uns ein bisschen was an Stimps und vielleicht auch Munition. Ah, das ist schon angenehm, oder? Bing, bing. Für die Distanz. Deutlich besser. Sehr ja. Schauschütz. Ab nach Diamant City. Da gehen wir mal hin. Wir sehen uns gleich.